Herzlich willkommen zur finalen Panel-Diskussion. Ich freue mich sehr, alle Referentinnen und Referenten sind nun vor Ort. Ich möchte zunächst kurz vorstellen. Ich gehe alphabetisch vor, da komme ich nicht durcheinander. Frau Grimm hat uns gerade so sehr unterstützt in der letzten Session, von daher haben Sie es schon kennengelernt. Herr Hüther hat unsere Keynote schon gehalten, von daher brauche ich ihn auch nicht mehr vorstellen. Neu hinzugekommen, ich freue mich sehr, Herr Steffen Mayer ist seit 2022 Abteilungsleiter für Wirtschafts-, Finanz- und Klimapolitik im Bundeskanzleramt. Er vertritt hier sozusagen die politische Seite, wenn ich so sagen darf, unter den ganzen Ökonomen. Vorher war stellvertretender Abteilungsleiter im Bundesfinanzministerium und davor beim IWF. Und er ist promovierter Ökonom, also bestens gewappnet für unsere Diskussion. Dann freue ich mich auch sehr, Moritz Schulerig zu begrüßen. Seit Juni 2023 ist er Präsident des Instituts für Weltwirtschaft. Wir sind sozusagen eigentlich Büronachbarn, aber ich glaube, wir sehen uns relativ selten in Kiel. Er ist zudem noch Professor für VWL an der Science Pro in Paris und zuvor war er Professor an der Universität Bonn und war auch da Direktor für die Macro Finance Labs. Herzlich willkommen, schön, dass Sie alle da sind. Unser Thema heute oder unsere Panel-Diskussion ist ja die industriepolitische Strategie. Und wir haben heute sehr viel dazu gehört, zu den großen Herausforderungen, denen wir uns gegenüber sehen. Die digitale Transformation, demografischer Wandel, grüne Transformation und eben diese Transformation, eine nachhaltige, klimafreundliche und digitale Wirtschaft erfordert eben entsprechende Maßnahmen. Wir haben daneben auch noch verschlechterte Standortbedingungen, davon haben wir heute auch schon sehr viel gehört. Beispielsweise der sichere Zugang zu Rohstoffen, zu Energie. Lieferketten sind unterbrochen. Die Infrastruktur ist marode. Wie stark das international einordnen, haben wir schon gelernt. Es gibt auch noch schlechtere Zustände in anderen Ländern, aber gleichwohl wird hier oft darüber geklagt. Dann haben wir gehört über unseren Arbeits- und Fachkräftemangel, die Bildung, das Humankapital, da hakt es auch. Wir haben eine überbordende Bürokratie, die wird bemängelt. Wir haben eine hohe Steuer- und Abgabenlast. Und all diese Rahmenbedingungen kommen eben sozusagen noch zu diesen Herausforderungen, die wir sowieso schon haben, hinzu. Und deswegen brauchen wir oder wird gesagt, dass wir eben eine industriepolitische Strategie brauchen, um eben diese Transformation voranzutreiben. Hinzu kommen dann eben noch diese geopolitischen und geoökonomischen Risiken. Und wenn wir uns schon alle einig sind, dass wir eine industriepolitische Strategie brauchen, das kann sehr gut sein, aber wir haben auch Probleme. Zum Beispiel, dass wir in einen Subventionswettlauf verfallen können. Wenn wir etwa in die USA schauen, wo mit dem Inflation Reduction Act eben da Subventionen gezahlt werden, könnte man ja meinen, das müssen wir auch machen. Am Ende würden wir aber in einen Subventionswettlauf verfallen und es würde einfach sehr, sehr viel Geld kosten. Dann eine Industriepolitik führt natürlich auch dazu, dass es zu Wettbewerbsverzerrungen kommt. Haben wir heute auch schon gehört. Ein Unternehmen wird beispielsweise gefördert, das andere nicht. Und dadurch wird eben der Wettbewerb verzerrt. Hinzu kommt die Finanzierung. Es ist auch sehr spannend geworden, schließlich mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Es ist einmal teuer, eine aktive Industriepolitik zu betreiben oder kann teuer sein. Und nun sind natürlich unsere Finanzierungsmöglichkeiten noch mal eingeschränkt worden. Und wir müssen eben neu darüber nachdenken, wie wir das alles, ja, wie alles gelingen wird. Und schließlich stellt sich immer die Frage, ob der Staat eben tatsächlich gut auswählen kann, wer gefördert werden kann. Moritz Schularek hat ja so nett gesagt, dass der Staat nicht immer die Gewinner von morgen findet, aber die Verlierer von gestern finden eben den Staat. Und das ist, finde ich, ein sehr schönes Zitat, mit dem ich hier sozusagen beginnen will. Wir werden uns zunächst der industriepolitischen Strategie von Robert Habeck vom BMWK widmen. Sie liegt seit Oktober vor. Und ich hatte alle Referenten gebeten, dass jeder einmal sagt, was in dieser industriepolitischen Strategie einmal ein Punkt ist, der gut ist, wo es in die richtige Richtung geht, wo man sagen kann, ja, da hat die Politik jetzt schon den richtigen Weg eingeschlagen. Und aber auf der anderen Seite auch einen Punkt nennt, wo sie sagen, okay, da geht es etwa in die falsche Richtung oder ein Bereich wird überhaupt nicht betrachtet, sodass wir einmal einordnen können, wo sozusagen hier das Gute und das weniger Gute in dieser Strategie ist. Und ich würde Sie nacheinander einmal bitten, das in einem Eingangsstatement sozusagen zu beurteilen. Ich würde wieder alphabetisch vorgehen und würde Frau Grimm bitten, zu beginnen. Ja, ich glaube, was gut ist, was sich auch die Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag vorgenommen hat, ist, dass man versucht, tatsächlich diesen Umbau zur Klimaneutralität zu schaffen. Verbunden mit verschiedenen Zielen, auch die industrielle Basis zu erhalten. Und da gehört ja eine ganze Menge dazu. Also die Zielrichtung ist, glaube ich, genau in die richtige Richtung. Und jetzt fragt sich eben, sind die Methoden immer die Methoden, die man anwenden sollte? Und da habe ich in der einen oder anderen Dimension ein Fragezeichen dahinter. Ich glaube, man müsste in verschiedenen Dimensionen mehr darauf schauen, dass man die Marktmechanismen tatsächlich stärkt, um wirklich die Breite der Wirtschaft mitzunehmen. was Sie ja eben auch schon angesprochen haben. Es wird relativ viel spezifisch gefördert und auch mit Mechanismen, die eigentlich am Ende dazu führen, dass man Schwierigkeiten hat, den Umfang der Fördermittel im Rahmen zu halten. Und das ist natürlich bei den ganzen Klimaschutzverträgen zum Beispiel ein großes Problem. Es wird sehr teuer. Die Frage ist natürlich, wenn man einem großen Konzern einen Klimaschutzvertrag gibt, muss man das bei den anderen, in den anderen Bundesländern auch tun. Dann explodieren die Kosten und dann fragt sich eben, hat man eigentlich die Potenziale, um sich um all die Aufgaben zu kümmern, die aber auch genauso wichtig sind. Mittelstand, Schaffung von Draußen, Voraussetzungen, Digitalisierung, Infrastrukturen, ist das die beste Verwendung der Mittel? Und da würde ich ein paar Fragezeichen hinter machen, die wir vielleicht auch noch diskutieren. Ich kann das gerne aufnehmen, was Veronika Grimm gesagt hat, weil ich das wesentlichen teile. Denn das, was wir jetzt erleben, ist eine zunehmend kleinteiligere Politik. Ich glaube, das führt ja genau zu dem, was dann in der Frage, wen fördere ich, zu Unklarheiten führt, wie lange und warum überhaupt. Die Anfangsfrage, warum machen wir eigentlich Industriepolitik, etwas in den Hintergrund rückt. Also das ist schon so selbstverständlich, aber ich hatte eingangs heute erwähnt, deutsche Tradition ist das ja eigentlich nicht. Das ist eher die Frage der Voraussetzungen, der guten Investitionsbinde, allgemeinen Blick auf die Angebotsbedingungen. Und wir sind in einer sonderhistorischen Situation, wir wollen einen Strukturwandel per Termin. 2045 nach Klimagesetz soll die Klimaneutralität erreicht sein. Das jetzt auch gar nicht weiter diskutieren, das ist ja auch vom Verfassungsgericht mit testiert. So, und jetzt heißt das, daraufhin rückwärts gerechnet ja, Anpassungsprozesse hier und heute und morgen, übermorgen, im nächsten Jahr, im folgenden Jahr und so weiter auszulösen, damit wir dann da ankommen. Und wir haben ja eben in dem Panel zuvor, glaube ich, sehr eindrücklich noch mal gesehen, wie komplex es ist, bei ja eigentlich nur, jetzt sage ich mal, einem Thema, nämlich beim Wasserstoff, beim grünen Wasserstoff. Und dass dieses, das Zusammendenken der Dinge außerordentlich schwierig ist. Und da muss sich, glaube ich, auch Industriepolitik einsortieren. Wir haben auch bei Herrn Barth das Plädoyer gesehen, es gibt natürlich durch diesen Strukturwandel per Termin grundsätzlich einen höheren Bedarf. Also der CO2-Preis ist ein zentrales Lenkungsinstrument. Jetzt lasse ich mal die internationalen Themen beiseite. Aber die Anpassungen müssen auf der Angebots- und auf der Nachfrageseite in vielen Märkten organisiert werden. Und das nochmal systematisch anzugehen, finde ich ehrlich gesagt in dieser Industriestrategie nicht so. Sie scheint mir nachgelaufen, als Nachklapp dessen, was man bisher schon zur Transformationspolitik gesagt hat, anstatt das wirklich zusammenzubinden. Und die eigentliche Frage können wir ja alle nicht beantworten. Wie viel Industrie brauchen wir eigentlich? Wir haben darüber, es gibt keine Normen dafür, was ist so ein angemessener Anteil. Wir wissen nur aus Fahrtabhängigkeiten, historischen Anpassungsprozessen im Rahmen öffner Märkte, der Spezialisierung des internationalen Handels hat sich dies und das ergeben. Wir stellen fest, in Deutschland haben wir einen höheren Anteil des verarbeitenden Gewerbes, 20 Prozent. In den anderen europäischen Ländern, außen und nach Italien, liegt er eher bei 10 Prozent. Also wenn ich Frankreich und Großbritannien nehme, wenn ich USA nehme, eher bei 10 Prozent. Wir haben den Industriedienstleistungsverbund, Herr Barth hat die Zahl eindrufig genannt, der so ausgeprägt in vergleichbaren Ökonomien auch nicht ist. Also aus den Fahrtabhängigkeiten leiten wir zunächst mal einen hohen Impact der Industrie über 30 Prozent direkt und indirekt auf die gesamtwirtschaftliche Leistung und Struktur ab. Und da ergibt sich die Frage, wie laufen Anpassungen? Was brauchen wir? Die Input-Output-Tabellen liefern uns ja leider immer nur ex post, mit großer Zeitverzögerung die Erkenntnisse, wie die Dinge ineinander greifen. Aber was wir, glaube ich, auch lernen ist, und das ist mein letzter Gedanke, und da wird die Diffusion oder die Differenziertheit, glaube ich, auch klar des Themas, wir brauchen halt auch energieintensive. Wenn ich mir Polymerchemie anschaue, einfache Materialien, spezielle Materialien, dann haben die was mit veränderten Mobilitätsmöglichkeiten zu tun, weil in diesen Einheiten der Mobilität diese Spezialchemie zur Anwendung kommt. Das gilt für alle andere Grundstoffproduktionen auch. Natürlich brauchen wir irgendwie Stahl, weil der ja nicht verschwindet in dem, was wir an Konzepten haben, auch in transformativen Bereichen. Und das macht die Sache so unübersichtlich. Also wir haben eigentlich keine Zielvorstellung, können wir auch nicht haben, aber Politik suggeriert mit einer Industriestrategie, dass sie sie eigentlich haben kann. Und dann wird es sehr schnell kleinteilig, und dann landen wir bei derselben Schlussfolgerung wie Veronika Grimm. Naja, dann wird das auch dann so relativ teuer, und man muss das, glaube ich, erstmal europäischer denken. Das ist jedenfalls in der Strategie adressiert, aber diese europäische Einbettung, glaube ich, öffnet dann auch nochmal ein bisschen, gerade auch die Fragen der infrastrukturellen Voraussetzungen, die das alles hat. Ja, also erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Dann der Hinweis, wir diskutieren, die Industriestrategie, die Herr Habig vorgelegt hat, also nicht die, nein, kein Problem, nicht die in der Koalitionsvertrag auch, ja, genannte Industriestrategie der gesamten Bundesregierung. Das ist aber völlig unproblematisch, weil in der großen Richtung man dem zustimmen kann, das gute Element. Was bedeutet das nämlich, den Industriestandort Deutschland in Zeiten von Zeitenwende mit all den geopolitischen Verwerfungen mit der Notwendigkeit zu diversifizieren, Risiken abzubauen, zu erhalten, in Zeiten der Klimakrise mit der Notwendigkeit zur Transformation und in Zeiten des demografischen Wandels mit den Herausforderungen, was Fachkräfte und Arbeitskräfte angeht. Also das ist, glaube ich, dort alles auch so beschrieben und richtig. Warum ist Industrie und dieser Sektor so bedeutsam? Einmal wegen der schieren Größe, aber ich glaube, damit für die Wirtschaft so bedeutsam, aber auch für die Gesellschaft, und denke nur dran, gut bezahlte, hochqualifizierte Arbeitsplätze, sodass sich für die Gesellschaft insgesamt daraus eine besondere Bedeutung ergibt. Das Zentrale, Herr Hüther, Sie haben es gerade auch schon angesprochen, ist eigentlich, wie schaffen wir es in dieser Transformation, in diesen Schwierigkeiten, den industriellen Kern so zu halten, dass wir in allen Bereichen das schaffen, was notwendig ist, also zum Beispiel auch in den Grundstoffindustrien, da mag das eine oder andere dann schon an auch einfacheren Produkten woanders stattfinden, aber es muss eigentlich immer das Ziel bleiben, dass das, was unseren Standort so ausmacht, nämlich die Ökosysteme aus den großen Unternehmen, den vielen innovativen, kleineren, den Start-ups, der hervorragenden Forschungslandschaft und dieser Vernetzung, jeweils so hier zu halten, dass uns diese Ökosysteme erhalten bleibt. Im Übrigen für unseren Industriesektor besteht ja auch in der Transformation hin zur Klimaneutralität eine riesengroße Chance für die nächsten 20, 30, 40 Jahre, wenn wir die Technologien haben, die notwendig sind und früher oder später wird global sich jedes Land in diese Richtung begeben müssen und wir können dann jene sein, die diese Technologien haben, diese exportieren können, dann hat man ein Modell, das natürlich lange Zeit sehr erfolgreich war, auch in die Zukunft getragen. Letztlich ergeben sich eine ganze Reihe an Herausforderungen, die sich ergeben und die, weil jetzt die Herausforderungen oftmals auch auf der Angebotsseite liegen, Lieferketten als ein Beispiel, Arbeitskräfte als ein Beispiel, dass man so eine Spur weit auch bei angebotsseitigen Maßnahmen ist, wenn man jetzt versucht, Verbesserungen hinzubekommen. Dann muss man von Investitionsdynamik reden und ich bleibe jetzt kurz, kann man in der Diskussion machen, was wir tun an dieser Stelle, also wenn man an das Zukunftsfinanzierungsgesetz denkt oder an das Wachstumschancengesetz, das gerade im Vermittlungsausschuss ist, wir müssen die Innovationsfähigkeit insgesamt verbessern, sozusagen ein No-Brainer, wenn wir in diesem Zusammenhang erfolgreich bleiben wollen. Das Angebot an Arbeitskräften mit all den Facetten, wir haben jetzt ein sehr modernes Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das reicht aber natürlich nicht aus, wir müssen auch gucken, welche Potenziale es national noch gibt, Bürokratie wurde genannt, Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung, ich glaube, da haben wir sehr viel gemacht, bei Bürokratie die ersten Schritte, das muss ganz klar weitergehen, dann natürlich die Energieversorgung, die eine große Bedeutung hat, wo wir, glaube ich, mit dem Strompreispaket etwas vorgelegt haben, was da gerade für die Stromintensiven einiges bringt, jetzt haben wir bei den Netzentgelten nach den Einsparungen, die wir nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts machen mussten, die Mittel nicht zur Verfügung gehabt, dort zu helfen, das geht aber eher an die Haushalte und die Breite der Unternehmen, weil, wie Sie wissen, die Stromintensiven bei den Netzentgelten ja weitgehend eine Entlastung haben. Wir müssen natürlich den Weg zur Klimaneutralität schaffen, fast wöchentlich machen wir einen neuen Baustein, gestern die Kraftwerkstrategie, die wir vorgestellt haben, ich würde noch die Handelspolitik nennen wollen, ein sehr schweres Geschäft, auch gelegentlich mit den europäischen Partnern, das eine oder andere haben wir trotzdem geschafft, aber für uns als offene Volkswirtschaft natürlich extrem wichtig, noch schöner wäre es, wenn man wieder über die WTO multilateral handeln könnte und dann kommt der Punkt, wo, glaube ich, dann immer die Kritik kommt, wir müssen, glaube ich, auch schauen, wo die Schlüsseltechnologien liegen, die die Zukunft bedeuten, da gehört Mikroelektronik dazu, viel kritisiert, dass wir starke Subventionen an dieser Stelle machen, dazu gehört KI, dazu gehört Cloud-Infrastruktur, Daten und vieles mehr und ich glaube schon auch angesichts der geopolitischen Schwierigkeiten, dass da einige Bereiche mit dazugekommen sind, wenn man jetzt zum Beispiel an Fotovoldarik denkt, ein schwieriges Geschäft, aber dort völlig abhängig von anderen zu sein, schwierig und Verkehrsinfrastruktur wurde schon genannt, also so marode nehme ich jetzt die Verkehrsinfrastruktur nicht wahr, wir machen Rekordinvestitionen, sowohl aus dem Kernhaushalt, aus dem Bundeshaushalt, als auch über den KTF, da kommen gut 100 Milliarden zum Beispiel für 2024 zustande und letzter Punkt, ich glaube, Wohnraum, ausreichenden Wohnraum zu haben bei der Zuwanderung, weil wir brauchen bei dem, was das auch an sozialen Sprengstoff bedeutet, ist ein weiterer Punkt, wo wir Fortschritte machen müssen und natürlich in dem Umfeld momentan ausgesprochen schwierig. Danke. Dann erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung, freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Ich habe jetzt die glückliche Aufgabe, der Letzte zu sein, aber ich sage mal drei Punkte und dann können wir auch gleich in die Diskussion stellen. Das Erste ist, wir sind ja alle gerade in der Wissenschaft oft dabei, bei Strategielosigkeit, Denkdefizite, Silo-Denken in der Politik zu verorten. Insofern, wenn die da jetzt mal anfangen, sozusagen umfassend zu denken und Strategien sich zu überlegen und wirklich umfassend zu denken, bei der nationalen Sicherheit steht das ja auch noch aus, leider ein Riesendesiderat, dann ist das erstmal nicht schlecht. Also ich finde es okay, dass die sich anstrengen, da vernünftige Pläne zu entwickeln. Und ich würde mir wünschen, dass das an anderen Punkten auch ist, insbesondere Rüstungspolitik und Rüstungsindustrie, ist einer der großen Bereiche, wo wir sträflicherweise auf unseren Händen sitzen. Ich glaube, es ist auch richtig, aus dem Grund, dass wir, wie Herr Mayer sagte, viele große Herausforderungen gerade parallel haben, die jede für sich eine Herkulesaufgabe ist. Also die Klimatransformation, die demografischen Herausforderungen, inklusive Zuwanderung, die Digitalisierung, unser himmelschreiender Rückstand bei allem, was Zukunftstechnologien und Digitalisierung ist. Und last but not least eine Weltwirtschaft, die das Rückgrat unserer Industrie und auch unserer Exportwirtschaft war, die nicht mehr die gleiche ist, die sie war. China wird uns diesmal nicht aus der Patsche helfen. Also in dem Umfeld drüber nachzudenken, was können wir eigentlich machen, was sind die großen Herausforderungen, eine Strategie zu entwickeln und damit auch eine Vision davon, was sein kann, richtig und super. Und ich denke, diese Führung ist auch politische Art dringend notwendig. Zweiter Punkt, das ist jetzt der ökonomischere. Natürlich gibt es grundsätzlich gute Argumente für Industriepolitik, auch theoretisch sehr fundierte und solide Argumente, aber die sind wie halt alles abhängig von Voraussetzungen. Und ich glaube, das klang ja bei Veronika und bei Michael auch schon an, ein großes Problem, und ich glaube, das ist auch in dieser ganzen Schuldenbremse-Investitionsdebatte, fällt das mal ein bisschen unter den Tisch, ist, wir haben einfach massiv an Staatskapazität verloren. Und das ist genau eine der wichtigen Voraussetzungen, um solche Strategien, solche Politiken, Herr Meier sprach ja auch den Wohnungsbau an, das ist ja auch eines der großen Versagen jetzt der letzten Jahre. Wir haben offenbar die Kapazität verloren, staatlicherseits sowas umzusetzen. Das heißt, da gehen so ein bisschen bei mir auch die roten Lichter an. Schön, dass Sie darüber nachdenken. Ich weiß nicht, wie wir das wirklich dann auf die Straße beziehungsweise auf die Schiene bringen, diese schönen Gedanken. Also kann der Staat das? Es scheint ja oft, dass wir sozusagen eher an selbstgemachten Regeln gerade ein bisschen ersticken und deshalb nicht vorankommen. Drittens, wenn man das machen will, was sind sozusagen für mich die Grundfesten? Und auch da vielleicht der ein oder andere kritische Bemerkung. Erstmal natürlich nicht gegen, sondern gegen unsere komparativen Vorteile an Subventionieren, an Industriepolitik machen, sondern in die hinein mit denen. Also jetzt irgendwie Dinge aufzubauen, in denen wir noch nie gut waren, mit viel öffentlichem Geld ist sicherlich nicht sinnvoll. Und das bringt mich zu dem Punkt, wo ich auch so ein bisschen hier den, vielleicht einen kleinen Dissens hätte. Energieintensive Industrien werden auch in Zukunft nicht zu unserem komparativen Vorteil gehören. Und das ist die große Gefahr, die ich aktuell bei dieser Industriepolitik-Debatte sehe, dass sie genau das Einfallstor für die Verlierer von gestern ist. Also wir beklagen im gleichen Satz, dass es ja unklar ist und ordnungspolitisch nicht so richtig. Aber den Stahl brauchen wir schon. Aber die Grundstoffindustrie brauchen wir schon. Auf einmal ist dann sozusagen klar, welche Partikularinteressen wir bedienen müssen. Und da hätte ich einfach ein ganz klares Credo und Plädoyer, wenn wir das machen, dann nicht für die Verlierer von gestern, nicht rückwärtsgewandt, und das Erhalten irgendwelcher illusionärer Ökosysteme, sondern nach vorne gewandt in das, was uns morgen reich macht, was Industrien von morgen sind. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, die energieintensiven Industrien werden nicht der Wachstumsmotor von morgen sein. Und also wenn wir knappes öffentliches Geld in die Hand nehmen, dann nicht dafür, sondern für das, was digital, was kreativ, was innovativ ist, was grün ist. und am besten diese Politiken nicht mit dieser energieintensiven Industriedebatte verbinden. Ich lasse mal. Gut, danke schön. Möchten Sie in der Runde noch auf irgendwas antworten? Oder, ja, Herr Hüther? Ich würde gerne einen Gedanken anschließen, weil die Frage ist ja, nochmal, wenn die zwei Argumente für eine andere Industrie, das eine ist Dekarbonisierung, wir haben ein Zeitziel, das ist nicht beliebig, also wir wollen, das ist 2050 sein, aber zur Mitte des Jahrhunderts, immer neutral sein, das führt ja zu dieser Intensität von industriepolitischen Anstrengungen. Das Zweite ist aber Resilienz und geopolitische Unsicherheit, außenwirtschaftliche Abhängigkeiten. Und das führt natürlich dann erstmal zur Frage, da ist es egal, ob es energieintensiv oder nicht energieintensiv ist. Mit Blick auf Resilienz sind dort Themen auch interessant. Und mein Punkt ist nur, Moritz, wenn ich mir Covestro anschaue, wenn ich das Unternehmen besuche, auf der anderen Rheinseite, in Deverkusen, dann hat das nichts mit Verlierern von gestern zu tun. Das sind keine Verlierer von gestern. Die haben die ganze Zeit im Markt eine außerordentlich erfolgreiche Situation. Jetzt haben sie einen Energiekosteneffekt, der zu Standortfragen führt, weil dieser Energiekosteneffekt da einen hohen Anteil hat. Aber das ist ja nicht per se gegeben, sondern sie haben ja die letzte Zeit unsubventioniert oder weitgehend neutral jedenfalls. Aber sie haben diese Position ja halten können und haben durch Innovationen und durch die Polymerchemie also Materialentwicklungen, die wir in vielen modernen Anwendungen benötigen. Also die Gleichsetzung von energieintensiv und Verlierer von gestern halte ich jedenfalls für nicht ganz richtig. Und wenn ich mir Stahlwerk anschaue, wir haben eine Zeit bei Georgsmarienhütte, Aufsichtsrat, dann ist natürlich die Frage, was brauche ich für Stahl in Deutschland? Das sind Spezialstäle, das sind Sonderanwendungen, Sonderlegierungen in bestimmten, wiederum auch in der Materialentwicklung relevanten Veränderungen von Mobilität. So, und das ist der Punkt, da sollten wir einen Blick drauf werfen. Darüber, das kriegen wir statistisch nicht so leicht abgebildet, aber vom qualitativen Argument zu sehen, energieintensiv ist nicht per se der Verlierer von gestern, sondern die Frage ist, können die sich so umstellen oder können wir denen eine Transformationsfahrt anbieten, dass mit Blick auf Dekarbonisierung und Resilienz Beiträge geleistet werden können. Sonst ist dieses Resilienz-Argument sozusagen wertlos. Das ist ja nun gelernt worden, die Frage, was heißt das eigentlich? Ich würde immer sagen, außenwirtschaftliche Abhängigkeit ist, von Unternehmen zu organisieren. Den Aufsichtsreden ich bin, ist das eine permanente Frage, welches Länderportfolio bedienen wir, unter welchen Risikogesichtspunkten. Aber umgekehrt für die Volkswirtschaft als politische Frage ist natürlich schon ein Thema und da haben wir gelernt. Also das würde ich gerne nochmal da einen Blick drauf werfen. Diese Gleichsetzung ist mir ein bisschen kurz gesprungen. Lass mich kurz ein, wenn ich darf. Ich würde vielleicht auch noch einen Aspekt da anschließen. Weil ich auch, also ich glaube, wir sind uns einig, dass es nicht klug ist, energieintensive Unternehmen mit einer einzelwirtschaftlichen Förderung hier am Standort zu halten. Aber andererseits haben wir natürlich eine Grundlage für die Produktion von auch komplexen Wertschöpfungsketten, die auch auf der energieintensiven Industrie basieren. Und ich hatte in meinem Vortrag ja schon auch klargestellt, dass wir schaffen müssen, die Grundlage für die klimaneutrale Produktion in der energieintensiven Güter zu schaffen und auch zu importieren, sodass der energieintensive Teil der Produktion hier nicht mehr stattfindet. Aber wir durchaus eben von den Wertschöpfungsketten noch profitieren und durchaus eben noch den Stahl erzeugen unter Umständen. Vielleicht auch Rohstahl importieren und Spezialstähle noch hier erzeugen. Und ich glaube, gerade vor dem Hintergrund der sicherheitspolitischen Lage muss man sich bei vielen Fragen schon auch immer fragen, welche Rolle spielt das dann aus einer sicherheitspolitischen Perspektive? Gerade in China beobachtet man ja, dass massive Überkapazitäten auch aufgebaut werden für den Kriegsfall. In Europa sind wir nun vielleicht nicht so, dass wir proaktiv massive Überkapazitäten für den Kriegsfall aufbauen wollen. Aber wenn wir gleichzeitig sagen, wir wollen in der Rüstung stärker werden, stärkeren Schwerpunkt auch setzen und dem uns wieder offener gegenüberstellen und dann sagen, nee, aber die Unternehmen, die das alles können, die lassen wir hier abwandern, dann ist da auch eine gewisse Inkonsistenz. Ich glaube, wir müssen es schaffen, denen eine Grundlage für die Produktion zu geben und den energieintensiven Teil der Produktion der Vorprodukte, also Wasserstoff, Ammoniak, Methanol, Nafta, das kann man auslagern und man sollte auf jeden Fall, das kann man auch diversifiziert beziehen, sodass man eben nicht abhängig wird und die Gefahr läuft, nicht mehr versorgt zu werden, aber man sollte nicht Gefahr laufen, diese Industrie komplett zu verlieren. Also ich glaube, es gibt ein ganz einfaches Argument gegen diese Sichtweise, denn Michael, es müssen ja zwei Dinge zusammenkommen. Du musst als Industrie einen hohen Energiekostenanteil an der Brutto-Wertschöpfung haben und auch das zu Veronika, wenn du jetzt an den Rüstungshersteller denkst, das sind einstellige Prozentbereiche, das ist irrelevant. Wenn du einen hohen oder auch eine Automobilindustrie, sind es drei bis vier Prozent, also die deutsche Automobilindustrie hat ein ganz anderes Problem, es sind nicht die Energiekosten, es ist nur gerade sehr bequem, das alles auf die Energiekosten zu schieben. Und der zweite Punkt, Michael, ist, du musst in einer Wettbewerbsposition sein, die so miserabel ist, dass du die gestiegenen Inputkosten nicht an deine Endkunden weitergeben kannst. Und Industrien zu fördern, die auf dünnen Margen in wettbewerblichen Märkten unterwegs sind, in denen sie keinen Pricing-Power haben, halte ich nicht für ein sinnvolles Investitions- oder Subventionsziel, sollte man sagen, denn genau das ist ja sozusagen im Herzen der Debatte. Ich kenne diese eine Firma jetzt nicht, die du erwähnt hast, aber wenn die einfach Dinge herstellen, die so wettbewerblich sind, dass sie die Preise nicht weitergeben können, dann ist das vielleicht nicht das hohe Margen-Business, das in Deutschland Zukunft haben sollte. Ich wollte eigentlich noch mal ansetzen und mich ein bisschen wehren gegen Herrn Schulerichs ist natürlich auch provokant gemeinte These, wenn jemand das Denken anfängt, dann ist das ja ganz toll, weil das ja nun in der Tat für diese Bundesregierung schlicht und ergreifend nicht gilt. Die hat von dem ersten Tag an angefangen, will ich jetzt gar nicht kritisch bewerten, zu gucken, wenn wir 2045 klimaneutral sein wollen, was bedeutet das für die Transformation, was sind die Zahlen, Daten, Fakten, wie viel Strom werden wir brauchen, wie werden wir dort hinkommen im Bereich Wind, Offshore, Wind, Onshore, Solar, wir brauchen die Stromnetze, wir brauchen das Wasserstoffkernnetz, wir müssen gucken, was es für die unterschiedlichen Sektoren bedeutet. Wir haben eine Pharma-Strategie nach vielen Problemen, merkt man jetzt fast täglich, überlegen sich Unternehmen wieder, ah, dann investieren wir jetzt doch hier in Deutschland, wir setzen uns mit dem Chemie-Sektor viel auseinander, wo ganz zentral die Frage sein wird, wo sind denn die innovativen Bereiche, wo wir ja kooperative Vorteile haben, das gilt für den Maschinenbau, für den Anlagenbau, Stahl wurde genannt, würde ich genau so einordnen wollen, also dass die Bundesregierung jetzt erst das Denken anfängt und wir überall so schlecht sind, das würde ich schon sehr deutlich zurückweisen, wenn Sie Digitalisierung sagen, dann haben wir die Defizite mit Sicherheit auf der Seite der öffentlichen Verwaltung, ich glaube, dass die Industrie in vielen Fällen enorm weit vorangekommen ist schon, was wir denen schaffen müssen, aber hat die Bundesregierung auch erkannt, die müssen in jetzt kürzester Zeit ein 5G, ein Standalone 5G bekommen, dass sie bei diesen Anwendungen, wo sie vorne dran sind, wo wir weltweit vorne dran sind, es auch in die entsprechende Nutzung bringen können. So, Wohnen, ob es ein Versargen an dieser Stelle ist, wenn man sieht, wie disruptiv sich die Zinsentwicklung gegeben hat, lasse ich mal da hinstellen, das ist ein ausgesprochen schwieriges Umfeld, mit dem in der Geschwindigkeit niemand so gerechnet hat. Meine Bottomline ist, ich bin fest überzeugt, dass momentan die Stimmungslage schlechter als die reale Lage ist und wenn man jetzt in ein paar Tagen wird es den Jahreswirtschaftsbericht geben, ich glaube, das Bild, das man sieht, um drei Sätze zum Konjunkturellen zu sagen, wir haben eigentlich so vom Quartal zu Quartal es nicht hinbekommen, dass die Unsicherheit rauskam, bis hin dann zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts mit einem Verfahren zum Aufstellen des Haushalts, was natürlich nicht zur Planungssicherheit beigetragen hat, aber sind an dieser Stelle doch jetzt an einem Punkt, wenn jetzt mal diese Sicherheit sich einstellt, dann sollte man erwarten, dass der private Konsum endlich anzieht. Es ist ja ein herausragender Erfolg, dass die Inflationsraten so rasch auch wieder runtergegangen sind. Ich glaube, auch die Bundesregierung zum Beispiel mit 3.000 Euro Abgaben und steuerfrei im Bereich für die Tarifpartner hat auch einen Beitrag geleistet. Die Reallöhne steigen seit dem zweiten Quartal. Wenn jetzt mal Sicherheit reinkommt, die Sparquote nicht hoch, sondern ein bisschen runter geht, sollte der private Konsum anziehen. Das zentrale Element werden die Investitionen sein. Die waren durch die ersten drei Quartale im letzten Jahr ja noch recht gut. Anlageninvestitionen glaube ich irgendwo zwischen drei und vier Prozent. Das vierte Quartal, wir wissen noch nicht so genau, warum, war jetzt schwächer. Wenn das anzieht, haben wir zwei Elemente, die sehr positiv sein werden. Die große Unbekannte ist der Außenhandel, welchen Beitrag wir dort bekommen. Wie geht es in China weiter? Die USA sieht ja relativ stark aus. Also ich glaube, dann geht es konjunkturell voran. Und ich bleibe dabei, wir haben eine Strategie und die wirkt ja auch. Wenn Sie mal gucken, wie viele Ansiedlungen, und jetzt muss man nicht nur von Intel sprechen oder North Pole sprechen, wie viele Ansiedlungen es fast Woche zu Woche gibt, wo Ankündigungen passieren, dann haben wir auch Elemente, wo es problematisch ist. Sie hatten den Automobilsektor gesagt, ich glaube, da jammert keiner, dass es die Energiepreise sind, sondern die Automobilindustrie versucht jetzt aufzuholen, was man verpasst hat mit Blick auf Elektromobilität und ist erstaunt, wie weit dort China ist. Dass dann Zulieferer in Schwierigkeiten kommen in dieser Transformation, ist ja auch klar. Aber ich finde dieses sehr negative Bild nicht richtig. Ich bin der Meinung, wenn man jetzt den sicheren Boden gewinnt, wenn Unsicherheiten rausgehen, dann werden wir eine Entwicklung sehen, die wird in diesem Jahr keine dramatisch tolle sein. Wir haben ja auch mit dem schlechten letzten Quartal aus 2023 einen Unterhang. Aber dann kann man so eine Wegstrecke zeigen, die hoffentlich dann auch selbstverstärkend in einen positiven Aufschwung führt. Ja, vielleicht, um da anzuschließen, weil das war ja jetzt so ein bisschen die kurze Frist, ist es, glaube ich, schon wichtig, gerade wenn man jetzt über mittelfristige Perspektive und Transformation zur Klimaneutralität diskutiert, ist es, glaube ich, schon wichtig, auch nochmal die mittelfristige Perspektive in den Blick zu holen, weil wir natürlich durch den demografischen Wandel eine massive Dämpfung des Produktionspotenzials sehen werden. Wir haben im letzten Jahresgutachten des Sachverständigenrats eine Projektion vorgelegt, wo eben durch den Renteneintritt der Babyboomer-Generation in diesem Jahrzehnt das Produktionspotenzial einfach gedrückt wird auf, wenn jetzt Investitionen sich so weiterentwickeln würden wie bisher, 0,4 Prozent pro Jahr, das ist dramatisch niedrig und das schafft eben sehr, sehr geringe Spielräume für alle Verteilungsfragen, die denn da anstehen im Zuge der Transformation. Und ich glaube, da ist es durchaus so, dass man auch noch gegen anarbeiten muss, zunächst mal bei der Mobilisierung des Arbeitsvolumens, dann bei der Begleitung der Entwicklung, die sich aufgrund des Fachkräftemangels ja wirklich einstellen wird, dass man einfach eine Substitution von Arbeit durch Kapitalgüter sehen wird. Und das führt dazu, dass wir auch eine ganz andere Form der Weiterbildung brauchen. Dass man nicht mehr darauf vertrauen kann, dass die Unternehmen selbst ihre Fachkräfte weiterbilden, sondern dass man eben mehr Wechsel entweder innerhalb der gleichen Branche oder eben auch das Berufs an sich beobachten wird und dann eben Reskilling und Weiterbildung, Umschulung wichtiger wird und das natürlich nicht mehr automatisch durch die Unternehmen gemacht wird, weil die natürlich kein Eigeninteresse haben, die Menschen dann für einen Pflegeberuf oder einen anderen Beruf auszubilden, wo eben Arbeit nicht so einfach ersetzt werden kann, aber wo die Leute dringend gebraucht werden. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da auch nochmal stärker proaktiv jetzt schon sich aufstellt, damit eben man am Ende das Potenzial an Arbeitskräften, an Erwerbstätigen auch nutzen kann und auch Themen wie Mobilisierung von Erwerbspotenzialen bei den Alten. Ich glaube, Rente ist ein Thema, ist ein Dauerbrenner. Wenn wir das nicht lösen, dann werden die Spielräume im Haushalt natürlich massiv schrumpfen durch die steigenden Zuschüsse zur gesetzlichen Rentenversicherung. Also da muss man sich eigentlich dringend zusammenraufen, um die Rente, um eine wirkliche Rentenreform anzupacken, die eben auch Spielräume schafft. Und dann natürlich die Potenziale bei Frauen heben. Wir haben uns das auch mal angeguckt, naja, Erwerbsbeteiligung ist hoch, aber es ist unglaublich viel Teilzeit. Auch viel mehr Teilzeitregie. Narippan hatte vorhin auch eindrücklich nochmal gezeigt, eben wie groß auch die Lücke zwischen dem Verdienst von Frauen und Männern sind, wenn sie nachdem sie eben aufgrund von Schwangerschaften pausiert haben. Und ich glaube, da können wir noch massiv Fortschritte machen durch Kinderbetreuung, durch Anpassung des Ehegattensplittings. Aber auch, ich glaube, auch schon durch eine Wertschätzung. Ich glaube, wir brauchen auch einen Mentalitätswandel. Man muss einfach vollzeitig berufstätige Frauen mehr wertschätzen. Das ist in unserer Gesellschaft noch nicht so verbreitet. Man wird eher, man kriegt eher immer noch Erstaunen entgegengebracht, wenn man das relativ schnell nach der Geburt wieder macht. Also viel Unverständnis, wenig Respekt, dem man da entgegengebracht wird. Ist vielleicht auch eine Aufgabe der Politik, da irgendwie ein anderes Mindset so ein bisschen mit zu provozieren. Also es wird gerne nochmal eine Runde zu dem Argumentationsmuster mit den Energieintensiven. Weil nochmal, es sind nicht per se Verlierer der Vergangenheit. Sonst wären sie ja schon weg. Sonst wären sie in normalen Marktbedingungen verschwunden. Und wir haben natürlich auch, das ist ja völlig normal, in den Energieintensiven ein Desinvestitionsprozess in den letzten anderthalb, zwei Jahrzehnten gesehen. Das ist eine Reaktion auf die veränderten Standortkosten und so weiter. Aber es hat sich dann eine Struktur eingependelt, auf die jetzt schockartig, nicht marktgetrieben, sondern politikinduziert durch den russischen Krieg, die Ukraine, einfach Preise aufgerufen wurden, die sozusagen diesen Standort infrage stellen. Und das in einem Zeitpunkt, das macht die Sache ja so herausfordernd, wo im Grunde große Investitionsentscheidungen auf viel Veranstaltungen, nämlich transformationsrelevante Investitionsentscheidungen. Also wie komme ich zu grünem, auf wasserstoffbasierender Stahlproduktion? Wie kann ich das in der Chemie machen? Und da würde ich schon sagen, dass das mit Blick auf das Dekarbonisierungsziel und auf die Resilienz etwas ist, was man sich sehr genau anschauen soll. Jedenfalls mit kleinen Anteilsargumenten kommt man da, glaube ich, nicht weiter. Und ob das jetzt, wenn es dauerhaft sich nicht rechnet, rechnet es sich dauerhaft nicht. Da werden die schon darauf reagieren. Aber die Frage ist, ob politisch etwas inszeniert ist, was wir eigentlich von dem Ergebnis her gar nicht wollen. Darum geht es ja. Die Industriepolitik ist ja auch eine Antwort auf eine Transformationspolitik, die möglicherweise über das viele nachholen, da würde ich auch immer der Regierung viel Kredit zollen, weil sie muss einfach auch Dinge jetzt beschleunigt machen, die auch liegen geblieben sind. Das gilt ja auch zur Wahrheit, was die Transformation angeht, da etwas so leichtfertig zu verlieren. Jedenfalls, glaube ich, ist es nicht das Verständnis vom Kern der Industrie, das man haben kann. Und da, also der Wandel wird enorm sein, aber energieintensiv ist nicht per se alt. Das ist auch eine ganz andere Kategorie. So eine energieintensiv ist in einer bestimmten Zeit einfach herausgefordert. Die Frage ist, was brauchen wir? Und das ergibt sich, wenn wir es hier nicht mehr haben, müssen wir unter Resilienzgesichtspunkten sehen, wie kriegen wir es, dass die Marge, ist ja immer eine Vergangenheitsmarge, die Zukunft war eigentlich das Thema. Rechnen sich die Investitionen noch, die sie vorhatten? Und das ist doch die Entscheidung, die sich vorhaben, die sich noch gerechnet. Ja, vielen Dank. Bevor ich die nächste Frage stelle, wollte ich einmal ins Publikum fragen, ob Sie vielleicht direkt, und da sehe ich schon eine Hand. Haben wir in ein Mikro? Genau, das kommt von hinten. Das kommt. Ja, guten Tag. Mein Name ist Kran aus dem Bundesfinanzministerium. Und ich habe eine Frage an Frau Grimma, vielleicht kann Herr Hüther auch helfen. Er ist ja auch Historiker. Wir haben ja jetzt diese Transformation, als eine, Hüther hat gesagt, ein Strukturwandel zum Termin. Und da würde mich mal interessieren, hat es eigentlich in der Geschichte einmal einen erfolgreichen Strukturwandel zum Termin, so eine Transformation gegeben? Ich frage deshalb, vor einigen Wochen hatte der IWF so einen Bericht, wo er geschrieben hat, dass das ein Unterfangen ist mit einem ungewissen Ausgang, weil wir bis jetzt eigentlich immer neue Energieträger bekommen haben. Also wir hatten Holz und dann kam die Kohle hinzu und dann kam das Öl und Gas, Kernenergie. Wir haben nie auf einen alten Energieträger verzichtet, sondern wir haben ihn immer ergänzt durch neue Energieträger. Und jetzt verabschieden wir uns von den fossilen Energieträgern und zwar als eine staatliche Maßnahme. Und da würde mich mal interessieren, gibt es dafür irgend so aus der Wirtschaftsgeschichte etwas, wo man sagt, ja, da gibt es eine Best Practice, hat schon mal funktioniert. Wir können positiv in die Zukunft schauen. Dankeschön. Ja, ich kann ja mal anfangen. Also ich glaube, die ganze Umweltpolitik kann man mal angucken. Da war es auch so, dass die Probleme aufgetreten sind, man die externen Effekte gesehen hat, die man nicht im Griff hatte, weil man auf sie gar nicht geachtet hat und dann sich schon bemüht hat, die in den Griff zu bekommen. Umweltverschmutzung, ich bin an der Elbe aufgewachsen, da konnte man nicht baden, als ich aufgewachsen bin. Und jetzt kann man, meine Kinder werden die Oma und Opa besuchen, können da baden. Und das ist natürlich schon ein Erfolg der Politik, die darauf aufmerksam geworden ist und dann Maßnahmen ergriffen hat. Der Unterschied zur aktuellen Situation, würde ich sagen, ist, dass man da eben auch persönlich betroffen war und auch selber die Möglichkeit hatte, durch Maßnahmen die Effekte abzustellen. Die waren eben relativ lokal. Und das ist natürlich der große Unterschied. Aber da hat man das sicherlich so gemacht. Da hat man auch verschiedene Regulatorien, Grenzwerte eingezogen, die dann dazu geführt haben, und dass die Umweltverschmutzung reduziert wurde andernorts in der Welt, ist das einfach noch ein Riesenproblem. Also vielleicht fällt jemandem noch was an. Also ich kann von der Elbe an den Rhein überführen und sagen, da war es genauso. Als ich Kind war, wenn man da als Schüler hingeradelt, das hat es gestunken, da lagen die toten Fische. Das ist jetzt nicht mehr so. Und der blaue Himmel über der Ruhe ist nicht per Termin oder zu einem bestimmten Termin aber so eine Herausforderung gewesen. Aber was Sie hier andeuten, Herr Kran, was wir verändern, ist die energetischen Grundlagen des Industriemodells. Und das machen wir jetzt. Nach 200 Jahren müssen wir aus den fossilen Energieträgern raus. Und die Frage ist, ob die Kernfusion uns beispielsweise doch vielleicht schneller als gedacht nochmal eine Option mitliefert. Da ist ja doch einiges in Bewegung. Aber jedenfalls ist das eine Herausforderung, ein Strukturwandel, der gewaltig ist. Und im Grunde sind es ja die zwei, wenn Sie wollen, die zwei Treiber oder die zwei Kennzeichen der Moderne seit 200 Jahren. also diese andere Nutzung fossiler Energieträger durch Kapitalintensivierung und Produktivitätsfortschritte und die Nutzung des Faktors Arbeit. Wir haben ständig mehr Menschen in Arbeit gebracht in dieser industriellen Welt. Jetzt haben wir weniger. Das heißt, wir haben aus beiden Gründen, also einen, wenn Sie wollen, einen 200-jährigen Prozess ändern. Wir müssen ja in der nördlichen Hemisphäre, vielleicht mit Ausnahme der USA, mit weniger Arbeitsvolumen auskommen. Wir können aber noch gegenarbeiten. Es ist in dem einen Plan diskutiert worden, haben wir viele Instrumente, aber irgendwann ist es auch ausgereizt. Und dann müssen wir die Fragen, wie steigern wir die Produktivität? Da sind wir eigentlich bei dem zentralen Punkt. Für beide Fragen, die Energieeffizienz, wenn man so eine Produktivität und wie organisieren wir diesen Umbau des Kapitalstocks, bei dem wir ja nicht marktgetrieben den Kapitalstock verändern, sondern auch politikgetrieben. Wir nehmen ja noch Kapitalbestände raus, bevor sie vor dem Abgang stehen. Das wäre so, als wenn Sie eine Brücke, die in zehn Jahren zu erneuern wäre, zehn Jahre vorher rausnehmen. Da haben Sie eigentlich nicht groß was gewonnen, außer der Verkehr macht. Aber wenn Sie ein Kraftwerk, das funktionsfähig ist, noch zehn Jahre Laufzeit, aber rausnehmen, weil Sie dieses Kraftwerk wegen seines CO2-Abdrucks nicht mehr erteilen, dann müssen Sie eine andere Kategorie anwenden. Und dann geht es nicht um Produktivität an sich, sondern wir haben eben im kurzen Wort vorhin eigentlich um den CO2-Bilanzeffekt, den diese Investition auslöst. Das macht auch noch mal diese historische Dimension deutlich, die Sie ansprechen. Wenn ich will auch gerne noch zwei oder drei Sätze ergänzen. Der eine Punkt ist, die Technologien, um zur Klimaneutralität zu kommen, haben wir schon heute. Jetzt haben Sie angesprochen, Kernfusionen, etwas, was momentan eine ziemliche Dynamik entwickelt, also in dem Sinne, auch technologieoffen vorzugehen. Das wird ja auch für den Wasserstoff und die Formen, in denen Wasserstoff transportiert werden kann, eine ungeheure Dynamik. Aber wir wissen heute, wir haben die Technologien. Ich wollte darauf hinweisen, was ein großes Problem darstellt, ist eigentlich das Koordinierungsproblem, dass auf dem Weg dorthin, wer nutzt die als erstes, wenn die noch teurer sind, man natürlich in der internationalen Wettbewerbsfähigkeit ein großes Problem hat. Stichwort Klimaclub, das dem Bundeskanzler so ungeheuer wichtig ist, weil wenn wir jetzt alle dabei hätten und sagen, na jetzt setzen wir alle den gleichen CO2-Preis, dann geht dieser Wandel schneller, wir setzen dann und dann auf diese Technologien, wir machen jetzt grüne Leitmärkte und wir sprechen auch schon uns alle dafür aus, bis da und da müssen 20% grün sein, dann wäre natürlich ein ganz wesentliches Element auch noch geleistet. Und dann, weil mir das immer so wichtig ist, Frau Grimm, Sie sagten, früher hat man das gemerkt, da war das eigene Handeln so viel leichter und man hat es mitbekommen. Ich glaube, dass das heute auch so ist, also der Boom, sich die eigene Solaranlage aufs Dach zu setzen und damit einen Beitrag zu leisten, ist auch ein Element und dann, eines ist mir ganz wichtig, wir müssen ja bei der Digitalisierung extreme Fortschritte machen, die berühmten Smart Meter und ich glaube, die Erfolgschancen verbessert man dann, wenn man diese Zuversicht hinbekommt, Leute, wir können dahin kommen, dass das Ganze auch Spaß machen kann. Nämlich, wenn jemand einen Smart Bieter hat und mit einmal gucken kann, oh, dann lasse ich aber meine leise Was-Maschine dann und dann laufen und zu dem Zeitpunkt, zu dem das viel preiswerter ist vom Strom und wo nicht so eine große Nachfrage ist, dann wird, das werden ja ganz wichtige Elemente sein oder ich habe mein Elektroauto und das kann bidirektional laden, wann lade ich es denn auf und wann gebe ich denn auch wieder was ab, dann hat man, glaube ich, schon gute Beispiele, wir müssen halt nur die Fortschritte machen, in denen man dann auch Bürgerinnen und Bürger echt motivieren kann, diesen Weg mitzugehen. Das kann ich leider nicht lassen, da muss doch etwas Wasser in diesen edlen Wein, den Sie uns da gerade eingeschüttet haben, denn leider hat der Datenschutz vor allen Dingen aus dem BMWK dazu geführt, dass das, was mit dem Smart Bieter möglich ist, nämlich die fernauslesbaren Leser, dass das nicht, wie in Rumänien möglich ist, dass wir so eine App auf unserem Handy haben, wo man in Echtzeit sehen kann, was der Eurogegenwert von Wassersprung und sonstigem Verbrauch ist, Gas, sondern maximal oder mindestens zwei Monate, das heißt, es ist also die tägliche Möglichkeit, die Echtzeit, die wir nutzen könnten, um die Verhaltensanpassung, die habt ihr gerade nicht möglich gemacht, weil der Datenschutz wieder wichtiger ist, weil angeblich dann der Mieter mitkriegt, was der Vermieter da in der Wohnung macht. Also das kann man ja auch alles regeln, aber es hängt bei uns dann immer, und das ist so ein bisschen diese Ausführungsdebatte, die Moritz vorhin ansprach, mit guter Gedanke, aber warum machen wir nicht das, was Europa möglich lässt, in anderen Ländern Europas auch? Rumänien fällt uns sonst nicht so als Vorbild ein, aber hier ist es das mal, also da ist noch Raum, dann müsste er die Sachen aber auch mal ein bisschen ideologiefrei betreiben. Okay, dann braucht es die Novelle und die nächste Novelle und dann kommt man da. Die dritte Novelle. Herzlichen Dank. Noch eine Frage aus dem Publikum. Ja. Keine Frage aus dem Publikum? Sonst hätte ich noch eine Frage. Wir haben ja schon über die Finanzierung gesprochen und die Finanzierungsmöglichkeiten wurden ja mit dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts eingeschränkt, sodass ja vielleicht viele Maßnahmen oder nicht alle so realisiert werden können, wie man sie vielleicht kritisieren möchte. Wie würden Sie vielleicht priorisieren oder die Finanzierung darstellen? Es gibt ja verschiedene Vorschläge, sei es die Reform der Schuldenbremse, sei es ein Fonds, muss man überhaupt was machen, kann man auch einfach nur priorisieren und einfach so damit leben, wie wir es gerade haben. Was sagen Sie? Frau Grimm. Ja, also wir haben ja im Sachverständigenrat eine Anpassung der Schuldenbremse vorgeschlagen und haben das auf Grundlage gemacht von Berechnungen des zukünftigen, der Entwicklung des Schuldenstands, wenn man diese Anpassungen vornimmt. Und das ist eigentlich ganz aufschlussreich nochmal gewesen. Was wir angenommen haben, ist, dass alle fünf Jahre uns wieder so eine unerwartete Krise trifft, wo man einfach wirklich Geld in die Hand nehmen muss. Und das ist ja nicht total pessimistisch, weil die Zeiten werden ja auch unruhiger. Es ist ja zu erwarten, dass jetzt häufiger mal was passiert als in der Vergangenheit. Wenn das der Fall ist, dann würden unsere Lockerungen, wir haben ja vorgeschlagen, dass unter 60 Prozent Schuldenstand man ein Prozent strukturelle Verschuldung eingehen kann, zwischen 16 und 90 0,5 Prozent und über 90 eben die 0,35, die jetzt erlaubt sind. Und wir haben vorgeschlagen, dass eine Übergangsregel nach einer Notlage etabliert wird, dass man nicht sofort wieder auf die Regelgrenzen der Schuldenbremse zurück muss, sondern so ein bisschen einen Übergang, einen weichen Übergang hat. Wenn man das macht, dann würde man eben mit diesen Anpassungen in der Situation laufen, wenn man doch regelmäßige Krisen auch erwartet, die man finanzieren können möchte, dass man dann eben keinen Rückgang des Schuldenstands hat, aber eben auch keinen Anstieg. Und das sind so Spielräume, wenn man bei den 0,5 Prozent ist, ist man so bei 8 Milliarden zusätzlich. Wenn man bei den 1 Prozent ist, ist man so bei 24 Milliarden zusätzlich. Das ist das, was dann dazu führt, dass unter plausiblen Szenarien eben einen konstanten Schuldenstand verspricht. Und ich glaube, das sollte man durchaus machen. Aber was man auch sagen muss, ist, um mal die Finanzierungsseite zu beleuchten, wenn wir eben keine Strukturreformen machen, zum Beispiel die Rentenversicherung reformieren, sodass der Zuschuss zur gesetzlichen Rentenversicherung seitens des Bundes von aktuell 112 Milliarden Euro nicht ansteigt zumindest oder nicht so ansteigt, wie es erwartbar ist, dann nützt das natürlich auch nichts. Dann reduzieren sich die Spielräume im Haushalt natürlich einfach durch die Demografie weiter. Und ich glaube, man muss beides machen. Man muss eben ein paar mehr Spielräume schaffen. Jetzt kann man sich streiten, ob man sagen soll, man sollte auch so eine Investitionsregel machen oder nicht. Ich glaube, das muss man politisch verhandeln, dass man mehr investiv und mehr zukunftsorientiert ausgibt. Andere sagen, man müsste das festschreiben. Aber was klar ist, ist, man braucht schon Reformen, die einfach auch die Ausgaben reduzieren, um überhaupt Spielräume zu haben und langfristig eine finanzielle, eine finanzpolitische Tragfähigkeit auch zu behalten. Ich glaube, einfach ökologische Nachhaltigkeit und fiskalpolitische Nachhaltigkeit gehören auch irgendwie zusammen. Wenn wir uns in die Bredouille bringen, in der mittleren, langen Frist, dann werden wir auch den Klimaschutz einfach nicht erreichen. Dankeschön. Ja, es ist ja in der Tat die ganz große Frage. Ich sage mal, ich sage mal aus ein bisschen, von den Details mal abgesehen, aus der höheren, größeren Perspektive, wenn wir aus diesem Jahrzehnt in Europa und in Deutschland heil mit unserer Demokratie und in Freiheit und Sicherheit rauskommen und der Preis dafür sind 10 Prozent mehr in der Staatsschuldenquote, haben wir den besten Deal, den wir überhaupt noch haben können. Also das ist, glaube ich, viele Leute haben noch keine Vorstellung davon, also meiner Auffassung nach, wie fragil, wie volatil, wie riskant das ist, was auf uns zukommt. Und ich denke, wir diskutieren diese Fragen auf einer, wir sollten aus einer viel übergeordneten Perspektive darauf gucken. Dazu gehört, dass wir auf der, ich habe das eben schon gesagt, ich denke, industriepolitisches Ziel Nummer eins sollte sein, dass wir bis zum November Rüstungspositionen, Munitionsproduktion in Europa für die Ukraine auf eigene Beine stellen können. Da sollten unglaubliche Ressourcen aktuell reinfließen, tun sie leider nicht in die Kapazitätsausweitung. Das brauchen wir strukturell, da brauchen wir langfristige Aufträge. Leider ist da ganz wenig Bewegung weiterhin nur zu sehen, viel zögern und zaudern. Und dann sind die Fragen von Finanzierung, ich sage mal, aus dieser Perspektive für mich in der Tat zweitrangig. Wenn wir zurückgehen auf sozusagen diesen Vorschlag des Sachverständigenrats, ich finde das ganz gut, wir haben damit immer noch das Problem gelöst, wie wir mehr Investitionen kriegen, wir haben ein paar Finanzierungsspielräume dadurch, da spricht jetzt nichts dagegen, aber ich denke, wir müssen wirklich aus dieser kleinteiligen Debatte raus, der ist es natürlich jetzt auch in politischen, wie immer in politischen Zugzwängen irgendwie gefangen. Gefahr ist natürlich, dass jetzt in den nächsten anderthalb Jahren überhaupt nichts mehr passiert, aber ich denke, die Vorstellung und das ist mein klares Petitum, die weltpolitische Lage, die Sicherheitslage, aber auch im Inneren unsere demokratische Lage, das Dümmste, was wir uns jetzt machen könnten, das selbstgesetzte Regeln uns daran hindern, das zu machen, was wir machen sollten, nämlich nicht noch in der Krise, in einer Zeit von Verunsicherung mit unnötiger Austeritätspolitik, die Situation weiter zu verschärfen. Da haben wir 3032 mit Herrn Brüning in der Tat, wo wir schon bei der Geschichte sind, die eine Lektion gelernt. Insofern gucke ich sozusagen aus dieser größeren Perspektive, es gibt gute Argumente für die Schuldenbremse, natürlich extrem gute Argumente für solide Haushaltsführung, aber ich glaube, vor dem Hintergrund der Volatilität und der Situation insgesamt, in der wir aktuell sind, sollte das jetzt nicht uns daran hindern, das zu tun, was richtig ist und wie gesagt, Priorität, Rüstungskapazitäten, wir müssen als Europa auf eigenen Beinen stellen, dass unsere Sicherheit an ein paar 2000 Swingboats in Pennsylvania, Michigan und Wisconsin hängt im November, ist für mich ein unerträglicher Zustand und das ist Industriepolitik Ziel Nummer eins und das muss europäisch organisiert sein und die Finanzierung ist dann, ist wirklich bei diesen existenziellen Fragen ein Anhängsel und nicht zentral. Ja, ich stimme völlig zu, wir haben, wenn man es einfach mal nochmal in Zahlen gießt, wenn man es mal ganz schon anschaut, im Finanzplan steht für 2027 ein Anteil der Verteidigungsausgaben von 1,1% am Bruttoinlandsprodukt drin, da fehlen allein für den 2% schon 42 Milliarden, ich meine, dass man das noch nicht mal reingeschrieben hat, dass man nicht mehr das Ziel formuliert, finde ich schon ein Desaster, aber da sind wir völlig beieinander, am Ende ist es nur leider so, wir müssen über kleinteilige technische Fragen reden, ich finde das auch völlig prima vom Sachverständigen gerade auch zu sagen, die Ausgangsfeststellung war, die Schuldenbremse ist zu starr, das war ja der Befund und ich glaube, dass das sich nach, ich habe das ja mal vor fünf Jahren schon gesagt, jetzt so annähert, finde ich ja schon mal eine super Entwicklung und ich glaube, man muss da aber einfach ganz pragmatisch abwägen, ist es die Schuldenstandsquote als wichtiger, kann auch die Zinssteuerquote sein, das sind ja letztlich Anspannungsquoten im Haushalt, die uns die Handlungsfähigkeit indizieren oder auch nicht und es ist leider so, dass dieses Verfassungsgerichtsurteil gerade durch seine fragwürdige Übertragung der Jährigkeit und Jährlichkeit auf Notlagensituationen ja noch eine Zusatzrestriktion eingebaut hat, die erstmal ja überhaupt nicht zwingend ist in seiner Logik, also deswegen gibt es ganz konkret einfach auch technischen Reformbedarf und es gibt halt die eine Frage, wie schaffe ich Spielraum für all die Möglichkeiten oder die Notwendigkeiten, die wir haben und wie organisieren wir jetzt schnell die Fragen der Investitionen, das war die Idee dieses Sondervermögens, ist ja in einer Ihnen bekannten Zeitschrift auch im Januarheft näher beschrieben worden, im Wirtschaftsdienst. Ich glaube, nur eins müssen wir auch ganz nüchtern sehen, was politische, wenn wir das jetzt nicht schaffen in diesem Bundestag, wo es eigentlich dann muss Regierung und Opposition zusammen, dann laufen wir Gefahr jedenfalls, dass wir im nächsten Deutschen Bundestag keine verfassungsändernde demokratische Mehrheit mehr haben. Denn wer sagt uns, ist, dass wir denn im Bundestag ab 2025 noch zwei Drittel in Händen der demokratischen Parteien haben. Das heißt, die Ermahnung an die Politik, jetzt mal die festgezurrten Positionen auch beiseite zu räumen, ernst zu nehmen, was Zeitenwende heißt, das hat noch keiner wirklich. Was du andeutest, ist ja die Frage letztlich, wird die NATO noch funktionieren mit einem Trump-zweites Mal im Weißen Haus, von dem wird davon aus Gewinner da auftaucht, wird da keine Kompromisse in der Sache, keine Kompromisse mehr in der Person machen. Das heißt, das müssen wir selbst, darauf müssen wir doch vorbereitet sein. Wir können ja nicht so warten bis November und dann fängt die Regierung an festzustellen, ach, ist ja auch blöd, wir haben ja noch ein Dreivierteljahr bis zur nächsten Bundestagswahl und der Finanzplan ist auch schon aufgeschrieben, sieht das alles nicht vor. Diese Ernsthaftigkeit, das ist nicht angekommen, das Sicherheitsthema, mal ganz abgesehen von der Lieferfähigkeit des Staates, das adressierst du ja mit dem Thema Demokratiefähigkeit und Demokratieresilienz, aber die Sicherheitsresilienz, die haben wir hier am Schirm und das kriegen wir alles nicht zusammen. Ich weiß nicht, wie Sie das abbilden wollen, denn das muss nauerhaft aus dem Steuerhaushalt finanziert werden, das andere, die Finanzierungen sind dann noch nicht geleistet und wenn Sie dann noch mal ein bisschen bei der Steuer gucken, dass wir außerhalb eigentlich oben überall liegen, gehen Sie mal bei der Unternehmenssteuer 20 Milliarden Luft bräuchten, also ergibt sich ein Druck im Steuerhaushalt, der immens ist und deswegen muss man in irgendeiner Weise auch ernst nehmen, es geht nicht um die Abschaffung, sondern es geht um die Weiterentwicklung, so würde ich es formulieren, der Schuldenbremse. Das war auch nie der Impuls, irgendwas abzuschaffen, sondern einfach, es gibt Learnings und die Lessons learned sollten wir vielleicht aufgreifen. Wenn ich darf, eine ganz kurze Antwort, ich muss nämlich leider um fünf los, weil ich noch mein Zug fährt. Der Zug fährt, der erste pünktliche Zug. Ich hoffe es noch, nur ganz kurz eine Antwort. Ich meine, mein Beitrag war jetzt zur Finanzierungsseite, die Frage, was man mit dem Geld macht, ist ja auch eine schwierige, weil es ist ja gar nicht gesichert, dass wenn man Spielräume schafft, dass genau das passiert, was jetzt zum Beispiel du dir vorstellst. Und von daher sind die Schuldenregeln schon etwas, was uns natürlich auch aufmerksam darauf macht, nicht mit dem Geld alles Mögliche zu machen. die Diskussion darüber, ich hoffe das auch, dass die Diskussion darüber zu priorisieren stattfindet und man dann in eine richtig, wirklich zukunftsgerichtete Richtung geht. Aber wenn man einfach nur die Spielräume erhöht, wird das nicht die Konsequenz sein. Das ist sehr wahrscheinlich nicht das Resultat, dass man dann gerade die Verteidigungsfähigkeit stärkt. Diese Diskussion müssen wir eigentlich dringend führen, aber wir sind glaube ich noch nicht da, dass man in die Richtung tatsächlich priorisieren würde. Genau, ich muss mich leider verabschieden, das ist sehr unhöflich, dass ich jetzt aufspringen muss. Danke, einmal kurz auf Wiedersehen und dann wünsche ich noch eine gute Idee. Frau Grimm, ich rufe Ihnen hinterher. Vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren. Es hat uns viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Gut, wollen Sie noch? Ja, ne? Machen Sie weiter. Auf jeden Fall. Also drei, von mir vielleicht nur drei, vier Punkte, ohne dass das das Abschlusswort sein soll. Also erstens nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil waren wir natürlich gezwungen, was den Haushalt 2024 angeht, sehr stark zu priorisieren. Jetzt sprechen wir hier über Industriepolitik, industriepolitische Strategie. Einer der Prioritäten war trotz dem, dass wir zum Beispiel aus dem KTF über den Finanzplanungszeitraum 60 Milliarden einsparen mussten. die Kernbereiche für die Dekarbonisierung, die Transformation und die Schlüsselindustrien beizubehalten. Das haben wir gemacht beim Wasserstoff, bei der Dekarbonisierung, die IPCEIs oder auch zum Beispiel der Halbleiterbereich. Trotzdem gilt, damit haben wir die Spielräume, die wir irgendwie hatten, wirklich komplett nutzen müssen. Ich würde gerne als zweites den Hinweis machen, Herr Schulerick, Sie haben das so ein bisschen auch angedeutet, leider ist Frau Grimm jetzt nicht mehr da. Ich glaube, wir müssen in diesen unsicheren Zeiten, in all diesen Elementen, die über Bürgerinnen und Bürger einstürzen, sehr gut aufpassen, dass wir in den sozialen Sicherungssystemen keine Fehler begehen, die es mit einem Mal auslösen, dass Bürgerinnen und Bürger, sei es der Weg zur Transformation, sei es der Weg der Unterstützung der Ukraine, nicht mit einem Mal gefährdet. Der Haushalt 2025 in der Aufstellung wird nicht einfacher werden, als das 2024 der Fall war. Und dann zum Rüstungsbereich oder der gesamten Diskussion. Also Nummer eins, wir nutzen momentan die Sondervermögen und können auch über die jetzt noch kommenden Jahre auch mit Hilfe des Sondervermögens die NATO-Quote von zwei Prozent des BIP einhalten. Punkt, Herr Hüther. Nein, werden wir einhalten. Wir wissen, dass wir in den Jahren, die jetzt am Ende des Finanzplanungszeitraums, der mit dem Haushalt 25 diskutiert wird, an dieser Stelle Antworten dann zunehmend im Kernhaushalt führen müssen. Was mir extrem wichtig ist, ist der Punkt, wir haben als Deutschland im Vergleich zum letzten Jahr für dieses Jahr den sogenannten Ertüchtigungstitel, wo es also auch um militärische Hilfe geht, ungefähr verdoppelt, von vier auf knapp acht Milliarden Euro. Und der Bundeskanzler hat ja vor einigen Wochen mit großer Absicht einen großen Stein ins Wasser geworfen, dass viele andere Partner das bislang so nicht getan haben und dass das, was wir damit als Europa an Unterstützung für die Ukraine leisten können, womöglich nicht ausreichend ist. Natürlich umso mehr, wenn man in die USA guckt und die Schwierigkeiten, die der Präsident hat, das entsprechende Unterstützungspaket auf den Weg zu bringen. Und wenn man an anstehende Wahlen denkt, ist das ja nochmal ein Reminder, wie wichtig es ist, dass wir hier besser werden. Aber die Diskussion führt mir danach zu uns anzustellen? Nein, wir führen doch, wir sind doch mittendrin in dieser Diskussion. Und folgender Punkt, ich würde Ihnen nicht zustimmen, Herr Schulerig, dass sich an der Seite der Rüstungspolitik, der Rüstungsindustrie und der Kapazitäten nichts tut. Wir sind in einem Daueraustausch, wir sind ja jetzt dabei, mit verschiedenen Unternehmen entsprechende Kapazitäten auszuweiten. Da ist immer der zentrale Punkt, die sind relativ schnell, wenn wir Ihnen Abnahmegarantien geben können, die gibt es jetzt und jetzt muss das beschleunigt vorangehen, aber ich glaube, Sie würden auch zustimmen, unsere anderen Partner müssen genau so ihren Beitrag leisten. Wir werden es als Deutschland nicht alleine stemmen können, dass manches bislang zu lange gedauert hat, sofort zugestanden, aber ich glaube, dass da eine ziemliche Dynamik an der Stelle drin ist. Das war jetzt kein so wunderschön positives Schlusswort, aber ja, ein sehr ernstes Thema. Haben wir noch eine letzte Frage aus dem Publikum? Tatsächlich? Warten Sie, warten Sie. Sie kriegen ein Mikrofon. Sie brauchen nicht brüllen. Herr Hüther hat das ganz kurz angesprochen, die Steuerquote. Warum wird nicht über Vermögensteuer, Erbschaftssteuer, über diejenigen, wie beispielsweise Hapag-Loyd, die 22 das höchste Einkommen hatten in ihrer Firmengeschichte, aber nur 1% darauf bezahlt haben. Warum wird das ausgeklammert? Der ganze Steuerbereich, wenn ich das nur allgemein sage, wird ja auch nicht systematisch sein. Wir haben 2009 die letzte Großunternehmenssteuerreform gehabt. Wir haben die Zeiten ins Land gegangen, es war eigentlich zu Gerhard Schröder, die dreistufige Steuerreform, die sowohl Einkommenssteuer als auch Körperschaftssteuer adressiert hat. Und seitdem nicht so. Dann haben wir das Erbschaftssteuer-Thema ja mit der Situation Betriebsvermögen, Privatvermögen, Sie kennen das. Und das führt ja immer wieder zu der Frage, stimmt unser Steuersystem eigentlich insgesamt? Also würde man, das was schon 1953 das erste Mal vorgeschlagen wurde, eine allgemeine Rechtsform unternehmensvernehmenssteuer machen, eine Betriebssteuer, wäre vieles einfacher, dann hätten wir das hin und her nicht zwischen Einkommenssteuer und Körperschaftssteuer, die müssten im Grunde alle in die Körperschaftssteuer. Dann könnte man auch genau schauen, wie da die Unternehmensbelastung im internationalen Vergleich ist. Nur ehrlich gesagt, wir haben eben bei der Schuldenbremse diskutiert, die Steuerreformen, die Schröder und Kohl gemacht haben, dreistufige, sind unter, solche Steuerreformen sind unter Schuldenbremse nicht möglich. Weil sie gar nicht, sie haben halt einen Ausfallbedarf, das sind dann locker mal 30, 35 Milliarden Euro, jedenfalls war es damals in den Marktbeträgen, so gerechnet. Und wenn Sie die Glättung des Steuersatzes sich anschauen, des Steuertarifs, also kommt einiges zusammen. Sie können unter der Logik der Schuldenbremse, Steuerreformen nicht nachfinanzieren, Sie müssen sie vorfinanzieren. Und das findet schon mal politökonomisch gar nicht statt. Also insofern ist das ein insgesamt ganz spannender Diskurs. Und ob man jetzt eine höhere Steuer, wir haben die historisch höchste Steuerquote, 24 Prozent, die sozialen Steuerabgabenquote, der OECD weist immer wieder darauf hin, gerade der mittleren Erwerbseinkommen, zu versteuern kommen, sind besonders hoch bei uns. Und der Spitzensteuersatz beginnt bei 62.000 zu versteuern im Einkommen. Und da ist der jetzt fix seit, also auch schon Theo Weigels seligen Zeiten, also das ist schon lange so. Das heißt, eigentlich hätten wir Systemreformbedarf einer Steuer. Da können Sie so einen Hoffnungssatz am Ende bauen. Einen Hoffnungssatz am Ende. Was Positives. Naja, den Satz, den ich machen würde, also mit Inflationsausgleichsgesetz, ist nicht so, dass sich in diesem Jahr gar nichts tut. Da sind annähernd 15 Milliarden, die auch bei den betroffenen Unternehmen entsprechend ankommen. Wir haben ein Zukunftsfinanzierungsgesetz gemacht, wir haben das Wachstum-Chancengesetz. Bei diesen beiden Elementen ist, glaube ich, das Vorhaben eher zielgerichtet, Anreize, auch steuerliche Anreize, zu setzen. Die Diskussion, die Sie in dem ganz großen Rahmen führen, Nummer eins, sind natürlich die Spielräume dafür sehr eng. Und Nummer zwei hat sich diese Bundesregierung bezüglich Elemente einer großen Steuerreform im Koalitionsvertrag darauf geeinigt, dass bestimmte Elemente der Steuererhöhung nicht passieren. Auf der anderen Seite haben andere Partner gesagt, wir wollen aber auch das, was wir an Steuereinnahmen haben, so absichern, sodass das ein Thema sicherlich für die nächsten Jahre wird. Gut, dann herzlichen Dank. Ich bedanke mich bei allen Referenten, ich bedanke mich beim Publikum und ich lade Sie so herzlich ein zum Empfang unten und alle weiteren Fragen können da ja noch beklärt werden. Auf jeden Fall. Vielen Dank.